jawohl der dax er will es wir sehen es das allzeithoch ist nicht mehr arg weit entfernt wir scrollen mal ein bisschen raus und da sehen wir das ist nicht mehr so arg weit entfernt das hoch hier beim index lag bei 16.528 97 aktueller stand ist 16.596 95 also ihr seht das ist nicht so arg weit davon entfernt was das alte jahres hoch ausmacht und man kann sich relativ sicher sein wenn wir so weit jetzt fortgeschritten sind naja dann soll es auch geholt werden und der kurs geht da noch mal drüber ist das dann das zeichen endlich einzusteigen wenn man noch nicht drin ist aus meiner sicht nicht ist aus meiner sicht kein gutes einstiegsniveau auf allzeit hochmarken einzusteigen klassischerweise steigt man ein bisschen niedriger ein wenn man irgendwo die gelegenheit hat zum mindest mal die war einem hier natürlich nur im kurzfristigen rahmen geboten denn ihr seht der rücksetzer oder rücksetzer gab es hier in den letzten wochen relativ wenig und relativ unscheinbar noch mal ganz kurz der hinweis gestern hatten wir sogar eine umkerkerze einen sogenannten shooting star das hat der markt aber nicht genutzt also er hat es nicht getriggert nach unten und das ist auch wieder ein zeichen für stärk aber was soll ich euch sagen inzwischen haben wir ein neues tageshoch und wir sind so dicht dran da sind sich eigentlich hier wahrscheinlich fast alle sicher dass es die letzten paar punkte da auch noch holt also allzeit hoch das wird wohl fallen vorläufig ja und dann ja die frage ist natürlich nicht ganz unberechtigt häufig sehr häufig statistisch gesehen zumindest mal häufiger ist das nach einem solchen ausbruch der kurs erstmal nach unten geht da steigen viele laien noch ein viele institutionelle halten sich als solchen marken raus und sagen naja dann gucken wir erstmal da lassen wir mal unsere käufe sein für eine weile drücken den markt vielleicht mal sogar tiefer und dann gucken wir mal ob wir da vielleicht günstiger noch mal stark einsteigen oder wie das ganze dann ausgeht also aus meiner sicht sollte man hier sehr vorsichtig sein nicht einfach sagen na gut da kaufe ich jetzt allzeit hoch ist auch ein gutes zeichen kein professioneller händler egal ob an der börse mit teppichen oder gebrauchtwagen kauft beim teuersten preis den er kriegen kann ever sondern immer wird noch mal verhandelt und heißt es ja ich will es noch mal günstiger haben im zweifelsfall bin ich halt mal nicht mit dabei immer noch sinnvoller immer noch günstiger als zum teuersten kurs dort eingestiegen zu sein so zumindest mal typischerweise das verhalten naja im kurzerfristigen gilt natürlich die gleiche regel wie sonst auch solange es stark hoch geht und klein im kleinen bild wackelig nach unten sind das einstiegsmöglichkeiten die sind mal deutlicher mal weniger deutlich so richtig deutlich sind sie beim dax ja nicht zu erkennen aktuell aber falls ihr sie seht also falls der kurs wirklich dann mal sowas in der richtung macht dann kann man es natürlich noch mal versuchen im kleinen hier long einstieg zu wagen allerdings dann auch mit engeren stops nicht in dem ganz großen bild denn die wahrscheinlichkeit wie gesagt dass der kurs da mal dreht ist also wirklich nicht von der hand zu weisen jetzt also gewinne mitnehmen rausgehen nur das würde ich auch nicht unbedingt machen denn nicht notwendiger weise dreht der markt auf diesem hohen niveau das kann also durchaus sein dass es noch weiter läuft zumindest mal ein stückchen nur das problem ist man kann es ganz schlecht abschätzen es gibt dafür nicht wirklich eine klare linie an dann überschießt da auch noch so und so viele punkte das heißt ihr solltet dann ernsthaft überlegen ob ihr auf irgendeinen kleineren zeitrahmen einen stopp hinterher zieht ob das in vier stundenchart ist im stundenschart ist irgendwie sowas in der richtung einfach um dabei zu bleiben solange es läuft und eben raus zu gehen wenn es nicht mehr läuft auf tagesebene ist für meinen geschmack zu weit weg aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab wo ihr eingestiegen seid nur ich sag mal wenn es kleinere korrekturen sind braucht ihr nicht so einen weiten stopp und wenn es weitere korrekturen sind dann ist die gefahr halt dass es schnell in die mitte hier rein läuft oder vielleicht sogar noch tiefer und dann ist dieser stopp auf halber höhe zur mitte ja auch nicht wirklich ideal gewählt also insofern auf tagesebene finde ich diese mechanik nicht besonders sinnvoll denn sie ist mir einerseits zu weit weg fürs aussitzen ist sie allerdings dann wieder zu eng denn ihr müsst ja damit rechnen dass der kurs da auf halber höhe dann eine chance hat tatsächlich noch mal zu drehen also wenn der kurs jetzt sowas macht dann da dass er dann noch mal weiter geht na gut also insofern jetzt aktuell wird sicherlich noch das allzeithoch gefeiert das ist jetzt das nächste was wohl ansteht und damit zeigt sich der dax mega stark zum beispiel im vergleich zum dow jones die beiden sind ja häufig relativ ähnlich unterwegs aber der dow jones die letzten beiden tage eben nicht mehr stark also die gestern hatte er eine rote kerze immerhin auch wenn das als hanging man hier nicht so richtig ein starkes short signal ist aber zumindest mal ist es ein zeichen dass vorläufig die power da raus ist das hängt sicherlich auch damit zusammen dass der gesamte us amerikanische markt ein bisschen unter druck geraten ist nachdem ja paul am vorwochenende schon gesagt hat das mit den zinsen das hat man erst nicht so richtig wahrgenommen und dann inzwischen ja doch noch der nasdaq machen wir mal mit dem erst noch mal weiter der ist ja im prinzip seit dem 15 november seit mitte november hat er hier das erste short signal geliefert seitdem ist eigentlich auch nichts mehr wirklich richtig starkes hier gelaufen also irgendjemand hatte glaube ich in die kommentare geschrieben ich mag mich falsch erinnern irgendwie war da nicht letzte woche noch long also aus meiner sicht nicht denn wir sind beim nasdaq mit erreichen einer relevanten hochmarke und das jahreshoch ist ja wenn wir das ja als anstieg sehen eine relevante hochmarke das ist eben dieses typische mal eben überschießen und dann aber letztlich doch runtergehen also das was wir beim dax eben gerade besprochen haben beim allzeithoch das geht beim nasdaq immerhin beim jahreshoch und wir hatten in der letzten zeit viele eigentlich eher short signale also das war zumindest jetzt mal hier bei uns nicht unbedingt das thema dass es da noch weiter nach oben geht sondern dass der nasdaq zumindest mal eine realistische chance hat hier nach unten zu drehen eben wie gesagt an einer relevanten hochmarke nachüberschießen ich jetzt notfalls auch vor überschießen akzeptiert aber nach überschießen und dann mit den pseudo shooting star hatten wir hier mal drüber gesprochen und dem tatsächlichen shooting star den wir da haben ist das jetzt also ein zeichen dass wir da runter fallen das muss natürlich nicht unbedingt sein aber es wäre natürliches ziel also auch wenn im moment die abwärtsbewegung ein bisschen stocken geraten ist ihr seht das dass wir viele tails auf der unterseite haben das sind diese dünnen dinger hier das ist häufig charttechnischen zeichen dass der markt zwar mal runtergedrückt wurde die bullen aber in dem fall die bullen jetzt wieder das wieder hochgekauft haben also so richtig schwach sieht auch der nasdaq nicht aus allerdings ob das jetzt wirklich ein tolles kaufsignal ist das weiß ich nicht das ist für mich jetzt noch nicht so sehr aussage kräftig zumal jetzt diese kerzen so wie wir sie hier jetzt haben auch nicht ein klassisches umkehrsignal darstellen im rahmen der charttechnik zumindest mal ist es das nicht aber man sieht schon trotz alledem das druck nach unten nach diesem drücker rücksetzer den wir hier hatten nicht wirklich stattfindet also insofern ist das druckverhältnis was uns runter drückt vielleicht in den bereich den ich gestern ja ein bisschen mal intensiver beleuchtet habe zwischen hoch oktober und hier die oberseite 38 20er fibromarke also ich sehe es jetzt noch nicht dass der markt da mit schmackes runter geht aber eigentlich wäre das ein ganz gutes ziel von der höhe nach diesem anstieg auch ein bisschen dagegen dass wir da runter stechen spricht wenn wir so im vier stunden chart angucken dass wir hier ja auch schon wieder mit kleineren und größeren korrekturen sind die alle überschneiden sind also es wäre eigentlich schick wenn wir da mal ein stück dynamisch also in dem fall als impuls nach unten gehabt hätten das hätte uns genügend potenzial nach unten erlaubt das sehe ich hier ehrlich gesagt gar nicht so sehr wenn ich mir angucke gut die ist sehr klein die ist groß die ist ähnlich groß also die diese beiden korrekturen sind ähnlich groß die sind aber auch wieder überschneidend also alles noch nicht so richtig in trockenen tüchern wer jetzt sagt naja das ist aber doof ich will da eine konkrete aussage ja das geht uns allen so also da sehe ich mich anders ich hätte auch gerne eine konkrete aussage im moment kann man das so sagen und das ist schwammig also ich sehe jetzt im moment keine sinnvollen einstiegsmöglichkeiten hier das muss man ganz klar so sagen schwammig gesprochen muss ich aber sagen es ist eigentlich im moment kein guter einstiegspunkt weil wir sind sehr weit hoch wir sind an klassischen wendemarken und der kurs bräuchte eine hinreichende korrektur und die ist einfach zu klein diese korrektur um eine ordentliche eine vollwertige korrektur zu sein also eine vollwertige deshalb kann er trotzdem weiter nach oben gehen dann folgt aber später noch die vollwertige ich kann es mal andeuten dann wird das vielleicht irgendwie was in dieser richtung mal werden dann gibt es einen kleinen anstieg und dann folgt die vollwertige später das ist möglich nicht so schön aber möglich wäre das allemal also wundern würde ich mich darüber nicht so insbesondere weil obwohl ich eigentlich die abwärtsseite toll fände im rahmen einer ordentlichen korrektur die man dann ja gerne wieder nach oben auflösen kann ich sehe aber noch nicht so richtig den druck nach unten ich sehe noch nicht dass das schmackes da ist für die abwärtsseite also auf die short seite jetzt stellen weiß ich nicht finde ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig attraktiv im augenblick also nasdaq spannende situation allerdings nichts sagen muss ich ganz ehrlich sagen aktuell wenn wir hier im 5 minuten chart sehen da haben wir so ein bisschen das starke moment nach oben das schwache moment nach unten also es spricht wohl die aufwärtsseite also für diejenigen die jetzt im nachmittags chart dann noch mal aktiv werden wollen oder am abend wenn es hier korrektiv runter geht also schwach vergleich das den anstieg mit der abwärtsseite die so ähnlich aussieht wie hier dann ist die voraussetzung dass man wahrscheinlich intraday oder vielleicht für viele stunden noch mal long gehen kann ja gar nicht so schlecht aber lasst euch das zeigen dass diese seite entsprechend schwach runter kommt dann finde ich das ganz okay das ganze hört allerdings auf wenn der kurs auch relativ stark wieder runter kommt im gegenteil dann sogar schwache aufwärtsbewegung also schwache aufwärtsbewegung macht naja dann ist es wohl doch eher die short seite nochmal also das ganze ein bisschen durchwachsen beim nasdaq allerdings ohne den druck den man vielleicht vermuten könnte wenn er wirklich dahin geht also ich bin mir da noch nie so sicher ob er diese zone wirklich erreichen will dafür ist es einfach zu mau der druck hier runter und der weg noch ganz schön weit bis zu 15.500 400 und vielleicht sogar noch tiefer ich weiß es nicht ich sehe es im moment nicht das heißt für mich ist das im moment nicht irgendwas was man besonders schön und sinnvoll handeln kann beim nasdaq beim s&p sind wir noch nicht ganz so hoch gestiegen das haben wir letzte woche letzte woche sei schon gestern und auch letzte woche schon mehrmals besprochen deshalb das nicht nochmal auch hier der rücksetzer aber es ist noch nicht wirklich was passiert wir hatten sie ja hier schon mal versucht das war eine chance chance risikomäßig war es ganz durchaus auf unserer seite es gibt aber noch eine zweite lesart die sollten wir nicht außen vor lassen ich zeige dir mal hier im vier stunden chart wir hatten einen ersten anstieg und hier irgendwo war eine pause nächster anstieg hier ist irgendwo pause und jetzt noch mal einmal hoch dann vielleicht auch beim s&p ein neues jahres hoch wäre denkbar vorsichtig das ist keine ankündigung aber dieses also so von wegen ist denkbar also wird das jetzt passieren das wird häufig missverstanden ich manchmal sehe ich an den kommentaren dass es doch vielleicht zu missverständnissen da kommt deshalb muss ich versuchen mich möglichst deutlich auszudrücken dieses szenario ist eine möglichkeit so und das muss ich kurz erklären weil viele dann das interpretieren okay jetzt sagst du drei möglichkeiten eine davon wird es und dann sagst du ja ja guck mal es war ja eine möglichkeit die wir da genannt haben darum geht es nicht als analyst will ich natürlich eine vorhersagen und dann sagen ich habe das immer gesagt genau so und so wird es kommen als händler ist das aber nicht sehr zielführend als händler muss ich gucken welche varianten gibt es und wie kann ich mein trade ausgestalten dass die gute variante also die die ich mir eigentlich dann vorstelle mir möglichst viel gewinn bringt oder aber die schlechten varianten wenn die zum zum tragen kommen für mich nicht wirklich teuer sind das ist also bitte so zu verstehen das ist natürlich eine etwas andere sichtweise weil viele natürlich sagen ich will gar keine varianten ich will die eine haben die passiert wer also knochen werfen kann oder kaffeesatz gute sichtbarkeit hat der kann das natürlich nutzen aber wir händler haben ja keine ahnung was passiert das heißt wir müssen an den klassischen varianten uns überlegen wie könnten wir das so gestalten dass es für uns von vorteil ist wenn wir jetzt also long gehen dann dürfte es nicht mehr so aktiv runter gehen und wir müssten eigentlich noch mal gucken dass wir einen anstieg nach oben haben und der dürfte uns dann auch tatsächlich hier nochmal drüber bringen irgendwo in dem bereich 4700 also wenn dieses szenario zum tragen kommt wäre das so ungefähr mal so die ganz grobe zielrichtung bitte nicht pünktlich nehmen sondern also die große orientierung neues jahreshoch ungefähr 4700 und eine korrektur die jetzt nicht mehr wahnsinnig hier ausufert gegenüber dieser geschichte wer das jetzt eine tolle idee findet der hat natürlich die möglichkeit zu sagen so jetzt probieren wir das mal aus dann wäre doch hier ungefähr mein einstieg der erste aktuelle kurs ich mache das mal groß dann mein ziel haben wir jetzt gesagt von mir aus 4700 und das risiko nach unten nicht mehr ganz so groß ich kann das mal so ein bisschen in der box darstellen hier vorne hatten wir so ein bisschen eine korrektur wenn die jetzt ähnlich groß wird dann heißt es dann hätten wir doch eine chance darauf den stop irgendwo hier hin zu setzen also unter dieser annahme dass das passiert dann wäre das die gewinnseite ich habe sie sogar schief gezeichnet und das wäre die verlustseite diesen diese idee kann man durchaus mal spielen das ist also eine machbare für mich ist sie zu unkonkret also wir werden das nicht umsetzen ich finde die idee grundsätzlich gut ich brauche für uns aber konkretere umsetzung deshalb ist das grundsätzlich eine idee die eben folgt erste hoch korrektur zack nochmal korrektur ähnlich groß anschließend noch mal die fünfte welle hinten dran also das kann man spielen man spielt hier nicht zwingend höchste trefferquote sondern man spielt hier chance risiko verhältnis ungefähr so wäre vielleicht die chance ungefähr so wäre das risiko und dann sieht man man riskiert hier oder hat so ein zweieinhalb zu eins verhältnis in etwa unter der annahme dass wir bis da hoch kommen muss dazu sagen allerdings kann auch sein dass der kurs noch bis hier hin läuft aber selbst da hätten wir noch ungefähr ein 2 zu 1 verhältnis in etwa also das wäre eine spielart die man machen kann ich finde die grundsätzlich in ordnung wenn ich dafür irgendeinen indiz kriege hier im chart im kürzerfristigen den habe ich aber das habe ich aber nicht aktuell und deshalb ist das für uns keine handels idee ich sehe vielleicht sogar eher eine andere variante im moment als akut nämlich wir sind relativ stark nach unten dagegen ist das hier eine korrektur wir haben steigende tiefs wenn auch schwach steigende hochs wenn auch schwach ich würde sogar sagen das gibt ein intra short signal nochmal und wer jetzt verwirrt ist und sagt wie kann das denn sein dass eine long und das andere short ihr dürft eins nicht vergessen bei dem was wir eben gesagt haben war der stopp hier das heißt selbst wenn er jetzt diese geschichte nochmal macht ja lass ihn doch das stört doch nicht ihr würdet ja bei der idee nicht mal ausgestoppt werden aber da seht ihr schon vielleicht gibt es noch günstigere einstiegspunkte also ich finde jetzt intraday dass eigentlich die short seite vielleicht sogar attraktiver ist die tiefs hier unten bei was haben wir hier jetzt heute nachmittag 4550 in etwa hier die tiefs 5556 irgendwie sowas wären mögliche trigger auf der abwärtsseite in der freudigen erwartung dass das was wir hier vorne haben da hinten nochmal passiert also die ziele irgendwo bei 4325 in etwa sind das wäre etwas für den ganz kurzfristigen händler um da nochmal rein zu gehen in dem fall auf der short seite wobei auch ein rücksetzer bis darunter das wäre ja ungefähr hier sich noch nicht mal beißt mit der idee die wir jetzt eben im längeren aufgezeichnet haben wenn er das macht dann könnte man immer noch überlegen ob man dann sagt dann steige ich halt hier unten irgendwo ein vielleicht gibt es da sogar eine umkehr kerze dass man sagt die kann man auch noch mal nutzen hat dann ein verhältnismäßig noch etwas engeren stop und dann ja die ziele immer noch hier das heißt das chance risiko verhältnis noch mal etwas zu den eigenen gunsten verändert ihr seht das ist ein bisschen tricky aber genau das ist die aufgabe eines händlers es ist also weniger die aufgabe eines händlers oder der charttechnik auch wenn das viele immer glauben dass man sagt sagt mir jetzt wohin der kurs als nächstes geht das wissen wir ja alle nicht also das wissen wir auch nicht das ist also auch nicht dass wir sagen nee nee ich weiß ja der rüdiger der macht das beruflich der darf das ja gar nicht sagen sonst kriegt er mit seinen kollegen ärger wenn er uns verrät was der kurs als nächstes macht nein tatsächlich ist es so auch wir berufshändler wissen nicht wohin der kurs als nächstes geht wir haben vielleicht eine idee wie das ganze gestaltet sein kann oder wohin das geht aber für uns ist das relevante wie wir den trade nachher umsetzen diese verschiedenen trading ideen und das ist durchaus möglich und sogar nicht untypisch dass man zur gleichen zeit long und short ideen hat die man dann eben entsprechend triggert in die eine oder in die entsprechende andere richtung das muss nicht immer dann gut gehen aber die chancen dafür sind verhältnismäßig hoch und deshalb das vielleicht als anregung auch um die sichtweise ein bisschen zu verstehen und weg davon zu kommen von der gedanken wie jetzt es gibt doch diese eine richtung und die wird es jetzt das ist tatsächlich nicht der fall dafür gibt es zu viele einflussfaktoren dafür kommt dann irgendwann mal jemand mit einer rede raus irgendwelche daten raus und schon dreht sich das bild und dann heißt es wie ihr konntet jetzt am vorgestern konntet ihr nicht vorhersagen was der in zwei tagen sagen wird und dass das den einfluss so oder so hat ja also das bitte unbedingt mit hinnehmen das hilft enorm beim verständnis wie die märkte sich bewegen und noch wichtiger beim verständnis wie man seine eigenen trading ideen gestaltet wie man das ganze so aufbaut dass man sagt obwohl ich keine ahnung habe aber wenn es das szenario a ist es ist nicht so schlimm für mich aber wenn es szenario b ist es aber sehr schön für mich oder umgekehrt ja also je nachdem ob ihr den trade für eine long trade oder für ein short gestaltet so ähnlich wie wir das hier jetzt eben hatten in der ausgestaltung so also damit haben sie alle durch mehr oder weniger ja genauer kann man es im moment nicht sagen alle kämpfen so ein bisschen in beide richtungen außer beim dox die kämpfen alle auf das neue allzeithoch und deshalb zum abschluss noch mal ein blick auf den allzeithochstand es ist wahrlich nicht mehr weit entfernt aber wir sind noch nicht ganz dort also daumen drücken das kann sein dass wir das in den nächsten minuten erreichen damit gefeiert in diesem sinne euch alles gute und liebe grüße